Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge One Piece Odyssey. Wir sind immer noch in der Höhle des Gewitterkolosses. In den Gewitterwolkenruinen. Und ja, wir konnten gerade so ein bisschen die Ruinen. Mit Chopper und Ruffy. Oh, ich bin so süß. Ich sollte... Vielleicht kann ich das Gemüse nicht wechseln. Hm, ich weiß nicht mehr, wie ich das Gebiet wechseln konnte. Ähm... Egal. Taro, du machst das trotzdem. Katsumaki! Los geht's! Lädii, ich will mich. Das ist nicht so, was ich. Na, wir werden uns auf den Diener bereitstellen. Das ist ein Wart. Ich freue mich, warum Nami und Robin mit dem Level hinterher hängen. Oh, interessant. Ich brauche so Fledermausflügel. Ah, jetzt sind wir da, wo die Abzweigung dran war. Schön. X und Hopp. Ich finde es schon faszinierend, dass im Japanischen praktisch kein R existiert. Dass praktisch R und L ein Buchstabe sind. Oh, jetzt sind wir zwei. Ähm, wo müssen wir hin? Von da kamen wir. Gehen nur noch was mal da an. Gehen nur noch was da an. Oh, hey! Was auch immer du bist? Es sieht tatsächlich so aus. Was würdest du aus Elektro bestehen? Was ja eher dann Fall für Waffi wäre. Rückstoß. Ah. Okay, die müssten halt alle das Gebiet sonst wechseln. Das ist eine schöne Umfreibung für den Gegner, ein neuer Kunde, den wir einmal absorbieren müssen. Oh, das ist ein Schmerz. Oh, das ist mein Schmerz. Oh, das ist mein Schmerz. Ich bin der Fall. Aber ich bin der Fall. Oh, das ist mein Schmerz. Ich bin der Fall. Das ist mein Schmerz. Wir haben so viele Abzeichen. Hat denn eigentlich mittlerweile jeder was ausgerüstet? Feuerelement Schmuck. Lebenspunkte bloß 160. Verbrennen. Verbrennen ist schon sehr cool. Nami hat noch gar nichts. Wir werden es mit Angriff mal verbessern. Was habe ich dir gegeben? Mum. Da ist Fähigkeitenabwehr erhöht. Soll ich denn vielleicht... Mum dafür Nicorobin geben. Okay, Mum nimmt alles ein. Wir nehmen beide nur wenige ein. Dann sind sie auch selten und besonders, schätze ich. Geh mir doch mal Nicorobin dafür. Mum. Scheiß nicht. Ja. Alles klar. Ja. Spaß吧. Spaß. Das sieht interessant aus. Meine Wüte, das ist... Das ist... Das ist... Okay, wir haben die halt einfach mitgenommen. Die Gewittertafel. Ist nichts zum Ausrüsten. Die Gewitterwolken-Tafel. Eine Tafel aus dem Gewitterwolken-Ruin. Was darauf geschrieben steht, ist noch ummeckernd. Okay. Bleib stehen! Lass sie verkloppen! Lass sie in den Tafel. Lass sie in den Tafel! Das sieht so heftig aus, aber dann nimmt Seraphion da kaum Schaden. Das ist ein Kaffee. Das ist das, was ich dann nicht so mache. Das ist ein Kaffee. Das ist kein Kaffee. Gold Chili. Klingt irgendwie lecker. Klingt aber auch irgendwie gleichzeitig so, dass es einem die Zähne kaputt macht. Wenn es dann am Ende doch so hart wie Gold ist, aber dann wär's kein Gelee. Das sieht echt interessant aus da hinten. Da wär' ich doch mal gespannt, was uns da erwartet. X und Puff? Die Scheisse ist nicht sicher. Ich bin sicher. Verwann. Die Scheisse. Ich rede von uns. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich wollte dich nicht beklicken. Das ist nicht nur das. Ja, jetzt gehen wir aber nochmal speichern. Jetzt, wo der Weg frei ist. Ich weiß ja nicht, wie stark dieser Koloss tatsächlich ist. Ich liebe die kurzen Ladezeiten, die Speicherzeiten und Ladezeiten. Ich weiß aber nicht, ob Ruffy jetzt nur, weil er aus Gummi ist, da einfach so durchspazieren kann. Das sieht schon heftig aus. Das wird eine schöne Schnitzerei. Bye-bye. Ja, das Licht immer noch an ist. Befinden sich oben noch mehr Geräte, oder? Ah, da kommt wahrscheinlich ein Chopper hoch. Das würde ich so vermuten, da das Loch eindeutig auf Chopper hindeutet. Hallo, ich bin süß. Ja, er ist schon so knuffig. Knuffig, schnuffig. Hm, ich möchte ihn eigentlich immer knuddeln. Ah, ich lieb's. Die Kappelein. Also bevor ein Groom mitglied fällt, ist halt auch ein Witz. Zumindest aktuell noch. Ich weiß nicht, ob das irgendwann eine größere Herausforderung wird. Groom, Groom, Groom! Groom, Groom! Groom! Bye-bye. Also Adio kam noch nicht einmal zum Schießen, während er uns begleitet. Also wir sind mit Level 4, sie auf diese Insel gelandet, das haben wir ja schon fast wieder. So schnell wie der Levelaufstieg passiert. Da kam er rein. Oh gut. Wie schön. Eine Rache, ja nice. Wie schön. Wie schön. Wie schön. nun mal lange gleich bei den fledermassen hat trotzdem Ah, ein Schalterding. Okay. Ich sehe nicht viel. Ah. Okay, wir haben zwei von den Schalterdingen offenbar. Und einen Energieapfel. Ich glaube, erstmal hier mitnehmen. Okay, wir haben vier Schalter, vermute ich dann. Da unten sind so vier Spulen. Dann gehe ich von vier Schaltern aus. Das war's. Das war's für heute. Wenn ihr es nicht davon ausgegangen ist, zwei direkt nebeneinander liegen. Und so kommt man auf jeden Fall wieder hoch. Also lassen wir es einfach mal so. Ich muss mich jetzt nicht unbedingt mit jedem Stinktier prügeln. Das war's für heute. Das war's für heute. Da komme ich ja nicht hin. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, es scheint so, als wäre nur Ruffy tatsächlich schon Level 7 geworden. Ruffy ist so ein bisschen vor den anderen beim Level. Der Weg nach oben soll natürlich trotzdem offen bleiben. Oh, so. Hi, äh, ich würde gerne erst mal das Wissenfragment einsetzen. Okay, dann sind wir jetzt noch fertig. Technik auf Technik. Oh, okay, funktioniert aber super. Oh, da sind mehrere. Das habe ich gerade gar nicht gut verstanden gehabt. Das war mir, dass ich nicht so schlecht verstanden habe. Oh, das war's! Das ist was sie gesagt? Gut, dass wir dafür gesorgt haben, dass die hier unten offen bleibt. Sonst sind wir jetzt auch mal runtergemonst. Noch mehr Gold, Shirley. Schön, dass die Kiste eigentlich voller Gerümpel liegt und er nimmt nur eine Sache mit. Die Bechtwand wird schwächer. Aber ich dachte, es müssten alle gewesen sein. Ah, das müsste die letzte gewesen sein. Dann stellen wir uns mal dem Koloss diese Ruine. Das Rätsel hier mit dem sich strahlen, unterbrechen und so erinnert mich ein bisschen an Sphärentempeln aus Final Fantasy X, muss ich gestehen. Ich werde dafür nochmal speichern gehen. Boah, jetzt gucken wir mal das Verstärkte. Hört so Maki aus. Ich habe diese Drohe übersehen. Das ist ja Kräfelsinne. Ich hoffe, dass wir so viele Abzeichen bekommen, weil mir die auch funktionieren können praktisch. Ich denke mal, ob sie dann so verstärkt. Na dann, wir gehen. Oh. 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 Ich fühlst keine Chaos. Ich habe das keine Bestätigung und dann immer serve exposure to amazing monsters. Ich spiel mir das. Ja, aber den anderen schon, Ruffy. Ja, okay, Ruffy gegen Ruffy kann. Okay, die Herausforderung ist, ihn mit Ruffy zu besiegen. Naja, mehr als normal angreifen, kann ich halt nicht tun. Und hoffen, dass er nicht sofort tot umfällt. Ähm, danke, das hat sich jetzt aber nicht wirklich gelohnt. Ähm, wechseln. Wie konnte ich wechseln? Ah. Warum gönnen? Irgendwas, was sehr stark ist. Nee, der Koloss war einfach nur echt nicht stark. Ich habe viel Erfolg mit der Kulopi. Ich würde mich für den Kulopi nicht überleben. Ich bin der Kulopi. Der Kulopi hat sich in die Kulopi. Alles in die Arbeit. Ich werde mich auf jeden Fall verletzen! Ich k Diamant! Alles klar? Aber ich weiß nicht... Was? Das ist toll, Du bist auch! Dr. Ich hab das nicht gedacht... Ich bin so viel Kraft aus. Komm nicht an ihm mit Felsen? Ich kann mich überraschern, und schluss auf den Weg zu gehen. Wie sieht man, wenn man nur ein Geist in den Wundern kann, wenn man nicht mehr in der Welt sind, dann kann man nicht mehr in der Wand. Es ist auch, dass man als Erwache in den Hälpfen in der Bühne zerbauen kann, dass man nicht richtig verletzt wird. Hallo, ich habe nur zwei Räume, so... aber wenn man mich auf mein Gesicht aufgeräut geht, dann kann man sich das, was ein Meist zu verletzen. Das war's für mich. Wenn ich mit mir zusammen bin, dann kann ich mich nicht mehr so gut. Ich kann mich nicht mehr so gut. Das war's für mich, Abiyo. Ich habe auch einen Blick auf dich. Ja, ich habe gesehen, dass ich mich mit einem Körper und einen Mann zu retten. Ich habe mich überrascht. Das war's für mich. Was? Ich sag's ja gern wieder, Adjo ist schon ne coole Sau. Aber ich weiß noch nicht, ob ich ihm 100% vertrauen würde, nur weil er Lüsob grad gerettet hat. Man, ganz ehrlich. Er wusste, dass er ihn retten würde. Hat er sich dann wirklich in Gefahr gebracht? Oh. Warst du nicht immer mit Captain Smoker unterwegs? Oh. Smoker fand ich eigentlich immer ziemlich cool, zumindest bis so da, wo ich die Serie gesehen hab, bisher. Aber, wenn man das Licht erinnert hat, dann wird das Licht erinnert. Also, das ist ein Räscher, oder? Das ist ein Räscher, oder? Okay, vier Kolosse, die irgendeinen Deckel verschließen, wo wohl irgendjemand drin schläft. Und dafür, um den zu erwecken, benutzt uns wohl Adior. Ist jetzt nicht unbedingt was Negatives? Vor allem, wenn es die Marine ärgert. Ja, cool. Da sind wir direkt wieder draußen. Dann würde ich sagen, war das eine ziemlich coole Folge und wir beenden diese jetzt hier an dieser Stelle. Der ersten Kolosse haben wir besiegt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye!